Wir werden den KUKA-Cube an ein bestehendes KUKA-System installieren. Das bedeutet, dass Sie zukünftig aus dem KUKA-Hahn zusätzlich zum kochenden, warmen und kalten Wasser nun auch gekühltes, gefiltertes, sprudelndes und stilles Wasser erhalten. Haben Sie den KUKA-Hahn und das KUKA-Reservoir noch nicht angeschlossen? Bitte dies zuerst erledigen. Stellen Sie sicher, dass der KUBE mit minimal 10 cm Abstand von der Schrankrückwand montiert werden kann. In der Schrankrückwand oder im Schrankboden sollte sich ein Lüftungsloch von 20 x 20 cm befinden, damit die warme Luft gut entweichen bzw. zirkulieren kann. Schalten Sie das KUKA-Reservoir aus und ziehen Sie den Netzstecker. Drehen Sie das Eckventil zu und prüfen Sie dann am Wasserhahn, ob das Wasser auch wirklich abgestellt ist. Anschließend muss mit dem 19er-Schlüssel der Kaltwasserzulaufschlauch zum Hahn gelöst werden. Nun setzen Sie ein Schlauchsieb in das KUKA-T-Stück ein und installieren dann das KUBE-T-Stück. Dann nehmen Sie ein weiteres Schlauchsieb und setzen dieses auf das KUBE-T-Stück und montieren abschließend den Kaltwasserzulaufschlauch vom Hahn. Demontieren Sie bitte den kochend Wasserschlauch am Deckel des KUKA-S und entnehmen Sie die alte Fieberringdichtung. Entnehmen Sie aus der Verpackung eine neue Fieberringdichtung und legen diese ein und montieren das T-Stück mit einem 10er- und 14er-Schlüssel. Nehmen Sie eine weitere Fieberringdichtung und montieren den kochend Wasserschlauch. Positionieren Sie das T-Stück so, dass der Schlauch vom KUBE nicht geknickt werden kann. Entnehmen Sie die auf der Rückseite des KUBEs, die zum Schutz eingesteckten drei Stopfen, indem Sie den schwarzen Ring herunterdrücken. Die beiden weißen Schläuche werden fest in den KUBE eingesteckt, in die Öffnungen IN und OUT. Prüfen Sie durch leichtes Ziehen, ob die Schläuche fest montiert sind. Den Schlauch IN nun in das KUBE-T-Stück einstecken und drehen Sie den weißen Überwurf fest, bis die farbliche Markierung nicht mehr sichtbar ist. Den Schlauch OUT stecken Sie bitte in das auf dem KUKA positionierte T-Stück und prüfen Sie auch hier wieder durch leichtes Ziehen, ob der Schlauch auch fest montiert ist. Nun wählen Sie den transparenteren CO2-Schlauch und stecken diesen in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Rückseite des KUBEs. Das andere Ende des Schlauches wird in das CO2-Reduzierventil gesteckt. Drehen Sie die CO2-Flasche in das CO2-Reduzierventil. Dabei kann ein wenig CO2 entweichen. Das Übertragungskabel schwarz wird in einen von den zwei Anschlüssen des Reservoirs gesteckt. Drücken Sie diesen fest hinein, bis er vollständig eingerastet ist. Drücken Sie das andere Ende blau in die dafür vorgesehene Buchse auf der Rückseite des KUBEs. Schließen Sie die Netzkabel beider Geräte an eine geerdete Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass der Kippschalter des KUBEs auf Null steht. Nun öffnen Sie das Eckventil wieder und öffnen Sie auch das CUBE-T-Stück mit dem blauen Absperrhebel. Kucker einschalten und das System wasserseitig entlüften. Entnehmen Sie für eine Minute stilles Wasser, indem Sie den geriffelten Ring drücken, halten, drehen und die blaue LED durchgängig blau leuchtet. Dies wiederholen Sie bitte nochmals. Stellen Sie den Kippschalter auf der Rückseite des KUBEs auf 1 und entlüften Sie nun das System, indem Sie Sprudelwasser entnehmen. Hierzu bedienen Sie den geriffelten Ring durch drücken, drehen und die LED blinkt blau. Lassen Sie das Sprudelwasser für ca. 10 Sekunden laufen. Nun schaltet sich die Pumpe ein und der KUBE füllt sich mit Wasser. Dies ist hörbar und kann bis zu 3 Minuten dauern. Lassen Sie das Sprudelwasser eine Minute laufen, um das System zu reinigen. Sie können jetzt Ihren KUBE verwenden. Köstliches, gekühltes und gefiltertes, sprudelndes und stilles Wasser. Der Wasserhahn, der alles kann.